Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch eine Aufgabe aus einem Aufnahmetest des Studienkollegs mitgebracht. Wir sollen diese Gleichung nach der unbekannten x auflösen. Und da schauen wir erstmal, wo sich unser x hier überall befindet, nämlich einmal hier im Exponenten, sehen wir es? Auch hier im Exponenten und auch da im Exponenten. Das heißt, wir haben hier so eine Exponentialgleichung und die können relativ kompliziert sein, müssen sie aber nicht immer. Also bevor ihr irgendwie schaut, dass ihr den Logarithmus da verwendet oder so, schaut erstmal, ob ihr die linke Seite vielleicht ein bisschen vereinfachen könnt. Die rechte Seite sieht ja gut aus, aber links stellen wir ja schon so eine Struktur fest. Also dass man hier schön sieht, dass man hier so eine Summe eben hat und immer die Basis 2. Da, genauso hier und genauso hier. Auch 2 hoch x sieht hier sehr ähnlich aus. 2 hoch x, nur da hat sich noch so eine Minus 1 an das x geklebt. Und genauso hier haben wir zwar auch 2 hoch x, aber an dem x hängt auch noch so eine Plus 1 dran. Also irgendwie müssen wir die Sachen hier so umformen, dass man das 2 hoch x ein bisschen besser hier in den Sachen sieht. Und da helfen uns die Potenzgesetze. 2 hoch x hier vorne lassen wir mal stehen, aber hier mit dem Teil schauen wir mal, was wir da machen können. Wir haben eine Differenz im Exponenten, also hier ist ein Minus. Und da gibt es ein Potenzgesetz, das folgendes sagt. Wenn ihr so etwas wie x hoch a minus b habt, also so eine Differenz im Exponenten, dann könnt ihr das Ganze in einen Bruch schreiben. Und die Basen bleiben jeweils gleich, also x und x. Und die Hochzahlen setzen sich aus dem Teil hier zusammen, also aus dem a, das kommt nach oben, und das b kommt nach unten. Das ist ein Potenzgesetz, das man normalerweise andersrum anwendet. Also wenn man so einen Bruch hat, schreibt man das Ganze dann so. Aber, falls man es gebrauchen kann, kann man es natürlich auch so rum anwenden. Und das machen wir jetzt hier mal. Also wir markieren uns mal unsere Basen, dass das eben so ein Bruch wird. Und da die Basis einfach zweimal wiederholt wird, das wenden wir hier an. Wir machen einen Bruch draus. Die Basis ist bei uns 2, die kommt da hin. Und als Hochzahl kommt einmal der erste Teil von dieser Differenz, also das x, kommt hier oben hin. Und die 1 kommt hier unten hin. Das ist genau dieses Gesetz einmal hier angewendet. Ob das hier jetzt so viel besser ist, sei mal da so hingesagt. Aber wir sehen eigentlich schön, das 2 hoch x, das hier vorne vorkam, kommt hier jetzt auch nochmal ganz schön vor. Also wir haben das jetzt sozusagen getrennt von dieser Minus 1 hier. Und im zweiten Teil machen wir das sehr ähnlich. Allerdings stand hier ja ein Minus. Hier steht ein Plus. Und da gibt es ein anderes Potenzgesetz, das sehr ähnlich ist. Das kümmert sich dann darum, wenn wir eine Summe im Exponenten haben. Das sagt dann, dass man nicht durchrechnet, sondern das x hoch a wird multipliziert mit dem x hoch b. Also auch da wandern diese einzelnen Teile hier jeweils in die Exponenten rein. Und das wenden wir hier mal an. Das heißt, wir kriegen ein Produkt. Die Basen bleiben bei 2 und einmal das x kommt hier hin und die 1 wandert hier hin. Auf der rechten Seite lassen wir alles so stehen. Und auch hier sehen wir jetzt schön, dass wir dieses 2 hoch x hier einzeln haben. Und in jedem Teil hier kommt dieses 2 hoch x vor. Und es bedeutet, dass wir das ausklammern können. Allerdings sieht dieses durch 2 hoch 1 hier noch nicht so schön aus. Lasst uns das mal ein bisschen umschreiben, dass das beim Ausklammern ein Ticken einfacher wird. Also hier vorne, das sieht ja eigentlich gut aus. Aber wenn dieses 2 hoch x hier in dem Bruch ist, ist das nie so schön. Also ich würde es immer hinter den Bruch schreiben. Sobald ihr ein x irgendwie in dem Bruch habt, schreibt den Teil dann lieber hinten dran. Jetzt müssen wir nur gucken, wie sich der Bruch dann hier vorne zusammensetzt. Im Nenner hatten wir die 2. Also 2 hoch 1 können wir einfach als 2 schreiben. Und im Zähler, da stand ja einmal das da. Also da ist dann nur noch die 1 da. Also diesen Teil hier können wir zu 1 halb mal 2 hoch x umschreiben. Und genau hier, genau so, dieses 2 hoch x würde ich auch nicht vorne stehen lassen, sondern die beiden gerade einfach rumdrehen. Also 2 mal 2 hoch x. Einfach beiden vertauschen. Dass die Teile mit x immer hinten stehen. So ist man es ja eigentlich auch gewöhnt. Also ihr würdet ja auch 3x plus 7x schreiben und nicht x mal 3 plus x mal 7. Also es ist ja eher unüblich, dass sowas so da steht. Genau. Und jetzt können wir nämlich ausklammern. 2 hoch x ist nämlich in jedem Teil drin. Und das ist sehr schön. Deswegen klammern wir das mal aus. Was bleibt dann übrig? Hier vorne war 1 von diesen 2 hoch x da. Wenn wir das 2 hoch x rausziehen, bleibt nur noch diese 1 übrig. Dann kommt das Plus. Hier ziehen wir den orangenen Teil raus. Also bleibt die 1 halb übrig. Und da auch das orangene weg. Dann ist die 2 nur noch da. Und rechts die 7. Jetzt können wir diese Sachen hier einfach zusammenrechnen. Das sind einfach nur Zahlen. 1 plus 1 halb plus 2. Vielleicht erst 1 plus 2 sind 3. Plus die 1 halb wären 3 1 halb. Oder man schreibt es als 3,5. Oder man wandelt es auch noch in einen Bruch um. Mit Brüchen rechne ich am liebsten. Ich weiß, das ist nicht so allgemein verbreitet. Aber machen wir es mal in einen Bruch. Vielleicht die 3 1 halb hier. Wie viele halbe hätte man dann? Man hat ja 3 ganze. Also 3 mal 2 wären 6. Und noch die 1 dazu. Das wären 7 halbe. Also all das zusammen können wir zu 7 halben umschreiben. Dann steht das nur noch so hier. Machen wir die Gleichung mal ein bisschen kompakter. So. Und dann, damit wir das nach x auflösen können, muss die 7 halbe hier jetzt auf jeden Fall noch weg. Also teilen wir durch diesen Bruch. Also durch die 7 halbe. Damit die da verschwinden. Auf der Seite steht da nur noch das 2 hoch x. Und rechts müssen wir jetzt 7 durch 7 halbe rechnen. Und da rechnet man ja so, dass man nicht 7 durch den Bruch rechnet, sondern 7 mal den Kehrwert hiervon. Das wären 2 Siebtel. Und da können wir schön kürzen. Die 7 mit der 7. Und da bleibt nur die 2 übrig. Und dann können wir jetzt, also jetzt haben wir ja wirklich eine sehr schöne Gleichung hier. Ihr könnt, wenn ihr jetzt unbedingt wollt, den Logarithmus hier drauf knallen. Aber es ist gar nicht notwendig, denn ihr müsst einfach nur die zwei Seiten vergleichen. Hier steht ja 2 hoch 1 im Grunde. Und dann fragt euch einfach, was muss für das x hier stehen, damit die Seiten gleich sind? 2 hoch was? Ist dasselbe wie 2 hoch 1? Naja, man sagt es ja eigentlich schon. Hier kann nur eine 1 stehen, damit die beiden Seiten gleich sein können, weil die Basis hier halt so schön gleich ist. Das bedeutet, unser x muss 1 sein, damit das Ganze hier passt. Und damit haben wir unsere Gleichung gelöst. Aufgabe erfüllt. Man kann es dann auch testen. Also wenn ihr die Probe macht, könnt ihr es dann gerne nochmal einsetzen, ob das so passt. Aber letztendlich war es genau das. Dann hoffe ich, dass es euch geholfen hat. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Schreibt gerne auch, wie ihr vorgegangen seid bei der Aufgabe, ob ihr einen besseren Weg gefunden habt als ich. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr einen wunderschönen Tag habt und wir uns bei einem nächsten Video sehen. Macht's gut! Und ja, dann hoffe ich,